Hallo liebe Vermieter, wir sind auf dem Portal www.hundeurlaub.de seit 2017 aktiv und vermieten unsere tollen Wohnungen mit Hund oder auch mit Hunden auf der schönen Insel Fehmarn. Vielleicht meldet auch ihr euch mal als Vermieter auf dem Portal an www.hundeurlaub.de und vermietet eure Wohnungen. Auf diesem Portal gibt es viele Unterstützung, die man braucht und die Mitarbeiter stehen einem wirklich mit Rat und Tat zur Seite. Also auf zu www.hundeurlaub.de. Viele Grüße von der Insel Fehmarn.